das war noch schnell dann sind wir nämlich auch schon wieder auf dem weg nach hause quasi sehen sollen ich bin das was ihnen unter meinem namen oder neben meinem namen ein täter was steht bei mir opfer centurio so zenturio oh nein halb zwölf lass uns die Kinder einfach nur und hol uns abholen wo ist das Auto alle Eiger im Kreis gedreht war schon verlaufen was ja warte was denn da uns abgeht war ja halt die Fresse ok nicht meine ja hui hui wow 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 hui ich bin jetzt lang alter hast du eigentlich von Hovo mehrere Folgen hochgeladen? oder nur eine? nee ich hab nur eine ich weiß nicht ob ich die nächsten Teile noch machen aber dann gibt es sieben Teile echt? achso weil ähm ich hätte ich hätte mich gedacht irgendwie dass sich der Folgen-Name geändert hat irgendwie aber dann hab ich mich wohl geirrt da hab ich nicht richtig gelesen zu Anfang ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht alter mit den schwarzen Brettern gehst du mir richtig auf die Eier ich möchte ihm ein schwarzes Brettern ins Gesicht hauen ey was was ist das game eigentlich nicht erwarten wollen um die Spieler zu nerven? was Borderlands meinst du und ich kann nicht mal boosten jetzt hier turbo so scheiße schneckentempo hier ich sollte mal gucken ob die einschlusslöcher noch da sind aber dem war nicht so jetzt muss das zugehend wenn wir drunter sind wenn wir bitte hier teleportieren dankeschön wenn er nicht teleportiert wir fahren ja nur durch stimmt das dürfen wir nicht sehen wie durch ich würde in borderlands 3 werden die das so machen als man keine ladezeiten hat dass wir das ist wie drei wo war das ich weiß nicht wo es war wo es angepasst wo angepasst angepriesen haben dass man halt nicht mehr so ladezeiten zwischen verschiedenen gebieten hat ja gut aber ich würde es nicht so da lieber dass es ordentlich läuft bei maincraft hast du keine ladezeiten ja gut das ist aber dann aber auch ja doch das ladezeiten aber das läuft im hintergrund ab irgendwann muss es ja dann sicher also müssen sie nicht so anspruchsvoll also kannst du auch sagen bei dem spiel was dafür gepriesen hat das ist auch ladezeiten hat die körper ist nicht da guck mal der ist nicht auf dem stuhl lol gott ist tot gott ich bin wieder neu ist voll realistisch dass er sich aufgehangen hat um wie hoch das ist der hat sich selbstmord begangen der wurde getötet das kann natürlich sein und du stellst dann gleich natürlich ich wollte ihn wiederbeleben das ist mein sohn guck mal hätte uns ein erbe hinterlassen haaaaaaah warte ich komm mal nach ich bin eh voll mit allem munition oh na dann dann treten wir den doch mal in den arsch die das getan haben ja aber jetzt nicht wie kannst du jetzt aufhören das war grad ein epischer moment wir müssen jetzt total sauer sein leut paul ist mir mal äh nö das ist eine psychopathenfamilie auf mich das ist doch wirklich so eine familie ich hörte die feiern die weihnachten weiß ich nicht schneid's hier ja bestimmt irgendwann muss das denn für weihnachten schneiden find ich schon ja stimmt die armys holen den weihnachtsmann äh zum beispiel dann zwar an strand aber das ist scheiße so ich würd sagen wir machen jetzt erstmal schluss oder? wollen wir noch in die base zurückkehren komm mir gefallen wir noch in die base zurück HALT! wir haben was vergessen was denn? wir müssen eigentlich warte mal ich weiß was so du wir haben uns heute hier versammelt und das ablehnen von TK zu bedauern er war ein guter Mann sein wohl hat er immer vor das der anderen gestellt er war total egoistisch doch wir liebten ihn trotzdem weil er den größten hatte und hier ist er beerdigt schlaf gut TK wie du mit dem Grab stehst ey grabschänder nein wir trauern alle tief ach halt die Fresse Klappi Klappi ist da versüß da hat es mir gedacht dass es keine Ärger mehr gibt alter wie ich noch einig dass ich Leben hab wa wie ich dir aufm kopf rum springe ohi ja dann ist wieder ganz geseichel hey wie du da hockst ist immer folge wieso du hocktest da grad so richtig als wenn einer hockt weiß ich mach ich doch nee aber so anders ja irgendwie anders schlau ist gar nichts das ist weg die beine hier stimmt das weg und wie sollen wir die stimme dann noch die stimme nicht ich hab dem noch gehört ich will mit dem schlafen hier lassen wir jetzt sofort mit dem schlafen geht doch gut jetzt sagen wir wir abschieben uns komm mal der hat seine tage doch so was soll du in der nase bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen abonnieren kommentieren auf dem kanal vorbeigucken